Hallo alle, ich bin Max Eck aus Finnland und freue mich sehr, dass am 21. Dezember in Deutschland mein Buch Der Hexenjäger erscheint und bin schon sehr gespannt, wie das Buch euch alle gefallen wird. Ja, worum es in diesem Buch dann eigentlich geht. Die Frau von der Besteller wird in ihrem Haus brutal ermördert und bald finden die Detektiven heraus, dass der Mörder die Morde, es gibt nämlich mehr Opfer, die fast alle Frauen sind, der Bestseller-Trilogie nachstellt. Und als Protagonist haben wir die Kommissarin Jessica Niemi und mit der Hilfe ihrer Team versucht sie, den Rätsel zu lösen. Es scheint zwar so aus, dass der Mörder immer einen Schritt voraus ist und bald wird es auch klar, dass die alle weiblichen Opfer Jessica Niemi ähnlich sehen. So Jessica ist nicht nur die Jägerin, sondern auch gejagt. Hexenjäger ist mittlerweile super erfolgreich gewesen. Das Buch erscheint in 38 Ländern und die vielen Geräten sind nach Hollywood verkauft. Hexenjäger ist der Beginn einer Trilogie und der folgende Teil ist gerade vor einigen Wochen hier in Finnland erschienen und hoffentlich auch bald in Deutschland. Ja, ich bin super glücklich, dass mein Buch von Basta Lübe in Deutschland veröffentlicht wird und ich hoffe, dass ihr Hexenjäger interessant und spannend findet. Alles Gute und bis bald!